morgens halb sechs in deutschland willkommen zurück auf meinem kanal ich bin Kosti und heute gibt es ein neues video zu Yves Eggos und halb sechs samstags morgens ist die zeit in der ich mich manchmal mit einem kumpel von der co-op treffe und wir zusammen rohmen gehen wie auch hier bei diesen schmucken kills die wir eingefahren haben wie hier jetzt eine ziemlich schnelle adventure 3 dieses mal hat es uns nach ins veil verschlagen zu ich weiß gar nicht wie jetzt die wie die wie die wie die alles noch mal heißt ich glaube luna hier oder irgendwie sowas keine ahnung auf jeden fall ist das eine gegend die recht unterhaltsam ist hier jetzt zum beispiel auch eine condor mal schnell abgefangen aktuell fliege ich jetzt ein long range fitting mit doppel prop die slasher und die condor die haben ja das problem dass denen ihre caps recht oder das power grid recht gering ist deswegen hat man nicht viele möglichkeiten die zu finden und wenn man den fehler macht wie ich in dem fall jetzt hier mit dual prop hat man erst recht das problem dass man diese ja man kann halt eben sich noch oder man schränkt sich noch mehr ein hier habe ich jetzt den versuch mit target pain da mal noch mitgemacht damit ich eben auf die range auch bisschen besser treffe aber wie man sieht ich habe nicht wirklich viel gelaufen ach ja aber naja was soll's der gute fabs hat hier den kill geschnappt und weiter geht's genau da hier doch luna hier ach ja genau das war jetzt einer das war ein ein heißt er hat er im multiboxer mit einer phantasm und einer sukobus das witzige ist dass der mich tatsächlich auch geschnappt hat also der hat wahrscheinlich auf seiner sukobus t3 ricks drauf targeting ich bin gerade so weggekommen ja mein wingman hat hierbei dann glaube ich erwischt und das ist der grund weswegen ich persönlich mir jetzt angewöhnt habe egal wo ich rumfliege ich setze mir irgendeine destination irgendwo hin und wenn es nur ein system weiter ist dass wenn ich irgendwo rein war einfach auf oder ich sehe das ist irgendwelche bubble oder keine ahnung was oder irgendwelche fregatten dann haue ich einfach auf autopilot drauf und bin weg die sekunde so schnell kann der andere nicht reagieren wie die intercept halt eben wieder weg fliegt aber wenn du manuell eben fliegen willst und abhauen willst hast du häufig das problem also hatte ich bisher schon einige mal das problem dass ich eine sekunde zu langsam bin und dann server lag oder was auch immer und ich werde gesnackt gerade von irgendwelchen fregatten mit mit hohen skills im targeting oder halt eben dann vielleicht sogar noch tag in den ricks hast du keine chance noch rechtzeitig wegzukommen hier sind wir jetzt in providence angekommen nachdem fabs dann seine condor verloren hat oder muss seine condor verloren hat sind wir dann hierhin gelandet freundlich wie ich bin habe ich hier noch kurz gewartet und ja ich habe noch kurz gewartet damit er eben auch noch mit kommt abgesehen davon treffe ich eh nicht wirklich viel warum auch immer aber was soll's das war dann die nächste menschen drei ich bin ja immer noch auf der suche nach meiner ersten prokur die ich dann wirklich auch killen kann bisher sind es alle recht störrisch und lassen mich nicht also schnell mal killen verstehe ich gar nicht aber naja das ist der moment warum ich mich frage warum ich das nicht weggeschnitten habe also sorry für 30 sekunden einfach mal nichts tun weil nichts passiert dafür geht es jetzt weiter ach genau hier haben wir dann eine ein tal war sniper gefunden heißt es sniper tal war scharfschütze ja tal war sniper genau das doofe war hier hat leider die aufnahme dann irgendwie abgebrochen und sie ist weg also ich habe keine ahnung wir haben es ja auf jeden fall erwischt die tal war waren auch knapp 300 mille an schaden an verlust halt weil die gute auch sie type weapon drauf hatte und ja ging allerdings trotzdem recht easy weg also wirklich ohne probleme die ja teilweise sogar ein ein bisschen auf carddark standen und das ist jetzt richtig geil gewesen hier waren wir jetzt auch wieder noch in providence unterwegs sind dahin geworpt und da war eine gila so jetzt bin ich es gewohnt dass ich von der gila erst mal wegfliegen der gute moth hier nicht der hat sich gedacht auch ich ärgere die gila ein bisschen kill eine seiner drohnen so dann habe ich mir überlegt scheiße was mache ich jetzt hin und her geworpt also das ist jetzt echt ein bisschen blöd ich habe hier gerade wie blöd hin und her und dann kam auch noch ein punisher assault dazu man hat ja gerade eben auch eine art und interceptor gesehen und der moth hat sich dann einfach mal mit drei schiffen angelegt der punisher assault die er fast klein gekriegt hat und dann der art und interceptor die gila war hier noch weit genug weg und dann hat man das problem also erstmal habe ich hier den fehler gemacht und bin auf die punisher das war mein erster fehler ich hätte gleich auf die art und gehen sollen denn diese hat dann uns mit ihrem fitting überrascht und hat so mein kollegen aus seinem schiff raus geschossen kurz bevor es dann selber geplatzt ist da hat der moth sein schiff verloren ach da war doch noch eine drohne dran sehe ich gerade aber wie gesagt glücklicherweise habe ich dann doch geschafft die artron abzuschießen ich habe irgendwie gedacht das geht schneller ja okay gleich ist es vor allem hier habe ich auch gedacht ja dragon disruptor ich kann hier ohne probleme die halt eben abschießen und dann hatte ich allerdings das problem wie gesagt ich habe sie dann letzten endes habe ich sie dann noch erwischt und habe sie dann gelootet hallo ich habe sie gelootet habe ich gesagt und dann sehe ich einfach mal dass die c-type missiles hat warum spielt man auf einer art von interceptor mit c-type missiles warum fliegt man dann nicht gleich eine kunde aber wie gesagt das hat uns ein bisschen überrascht das haben wir hatten wir jetzt nicht wirklich in unserer kalkulation mit drin deswegen hat der moth hier auch sein schiff verloren sonst wäre das anders gelaufen aber wie gesagt das hat uns dann schon hat uns dann schon ziemlich überrascht aber wie gesagt keine ahnung warum man eine artron fliegt wenn man missiles drauf hat ich keine ahnung wir werden es wohl nie erfahren allerdings haben wir mittlerweile schon ein paar kill mails gesehen von artrons die small missiles equipt haben wie gesagt ich verstehe es nicht wenn dann fliegt man gleich eine kunde aber naja muss jeder für sich wissen so hier habe ich jetzt noch von moth das zeug gelootet und ich dachte eigentlich ich hatte jetzt auch noch die kill mail mal angezeigt waren ich glaube 250 mille oder sowas also schon nennen ja bei die die drei missiles die waren bei keine ahnung ich glaube 20 mille jeweils also ach ja genau hier ja 270 sogar ach es war nur einmal c-type hoch okay entschuldige da war ich jetzt verkehrt so und hier hatten wir jetzt mal og besucht wer das nicht kennt das ist old terror in wicket wicket irgendwo im süden keine ahnung im grunde das war es gleich das letzte wochenende ich habe einfach nennen nenn nullsec ausgesucht wo ich selber noch nie war und ist halt eben hier in wicket gewesen habe also so wie es meistens mache ich fliege irgendwo hin wo eine station ist eine npc station fliege afk dahin und dann wenn ich dann spielen kann gehe ich dann online und gucke halt eben was ich finde und wie es der zufall will war halt eben da hier auch gleich ordentlich was los mit drei systeme mit 20 30 leuten und ja erst wie gesagt eine venture drei und hier haben wir das gleich eine retriever noch gefunden die habe ich dann ein bisschen runter geschossen und weil ich natürlich netter bin habe ich meinem wingman noch ein bisschen was am spaß gelassen wie man sieht also wenn ihr das andere videos von mir gesehen das letzte ist das im moment mein aktuelles fitting was pvp angeht das hat sich bei mir jetzt bewährt deswegen behalte ich das jetzt auch so bei ich sag mal snap nost ein rapper ein nost ein damit mod und sechs points mit dem after burner ist soweit eigentlich recht stabil das war die retriever allerdings war es ein echtes cheap fitting ich weiß nicht ob ich das jetzt noch gezeigt habe oder es wegschneiden hat aber ich glaube ich habe es drin gelassen ich muss noch ein bisschen mein interface ein bisschen anders einstellen das ist ich muss mir mal ein personalisierteres einstellen da weiß ich jetzt gar nicht worauf wir jetzt gewartet haben ne leider zeige ich es anscheinend nicht mehr also die die retriever hatte nur 77 millionen wert gehabt oder so also echt nichts berauschendes wir sind auch immer auf der suche wir klappern natürlich auch die 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 anomalien ab aber wir finden einfach nichts was reddet und wenn wir was sehen dann ist es irgendwas was wir zu zweit in unseren intercepter nicht killen können ach nee da hier die retriever hier war das zwei retriever ich bin den einen fest habe die location gesendet glaube ich und habe dann schon mal angefangen leider habe ich wahrscheinlich die falsche erwischt also keine ahnung ob die andere vielleicht wertvoller war aber die die ich jetzt letztendlich abgeschossen habe hatte nur einen wert von 77 millionen oder so also echt nichts berauschendes schaden ist natürlich trotzdem ein bisschen gemacht worden aber ja den kill den ich letzten solo gemacht habe der hat sich dann schon mehr gelohnt die gibt es dann allerdings erst in meinem nächsten video das hier ist jetzt ein reines duo squad pvp video wie gesagt wenn wir was abschießen dann ist es leider immer nur interceptor oder sowas denn ja es ist die meisten retten halt eben jetzt mittlerweile in irgendwelchen battleships oder halt eben immer noch in prophecy oder sowas oder eben in einer kleinen flotte und da können wir zu zweit eben nicht wirklich viel anrichten die andere retriever ist mittlerweile auch abgehauen und hier haben wir die jetzt abgeschossen wie gesagt sehr viel wert war es jetzt nicht aber wie gesagt 70 millionen sind 70 millionen ich werde beim nächsten mal wahrscheinlich auch mal ein kleines tool im internet vorstellen wo ich meine ganzen kills letztens mal reingespeichert habe also nicht nur meine kills sondern auch meine losses weil es goin ist weil es mich selbst